Sie sehen, Gran Canaria ist ganz anders, als man denkt. Und das ist nicht nur eine wunderschöne Insel hier, sondern man kann auch noch das ganze Jahr über Zettel spielen, man kann golfen oder sich einfach gut gehen lassen. Beim nächsten Mal sind wir sicher auch wieder an einem Platz, wo es Ihnen gefallen wird. Bis dann. Hallo Freunde! Stoke, das Rodeo-Szenemagazin. Freitag 15.30 Uhr, nur in DSS. Dieser Höhepunkt wird präsentiert von 01998989. Rick Flair gegen DDP, das war der Main Event bei WCB Monday Night Show. Eine Riesengeschichte, Flair wollte zum 15. Mal World Heavyweight Champion werden und DDP, der zweifache World Heavyweight Champion. Er wollte diesen Titel natürlich auf gar kein...